Eva Mendes hat in letzter Zeit einige Schwangerschaftsgerüchte abgestritten. Aber jetzt kamen noch mehr Fragen auf. Es gibt Gerüchte, dass die 39-jährige Schauspielerin sich von Ryan Gosling getrennt hat. Aber die beiden waren sehr verschlossen, was ihren Beziehungsstatus angeht. Aber nun glauben manche, Eva ist schwanger. Das Gerücht kam auf, nachdem Eva am Flughafen in L.A. gesehen wurde und sie nicht durch den Körperscanner gehen wollte. Laut einer Quelle, weil sie schwanger sei. Das Gerücht verbreitete sich schnell, obwohl man kein Anzeichen eines Babybauchs sehen kann. Kurz darauf gab der Sprecher der Schauspielerin einen Kommentar ab. Er sagte, Eva würde nie durch den Scanner gehen und würde es bevorzugen, abgetastet zu werden. Also scheinen die Schwangerschaftsgerüchte wirklich nur ein Missverständnis zu sein. Aber ob sie noch mit Ryan zusammen ist, wissen wir nicht.